2, 1, April warm und nass tanzt die Magd ums Butterfass und somit herzlich willkommen zur 73. Folge Feldgeflüster. Euer Jan hier, mir gegenüber sitzt der ratlose Hannes, der sein Mikrofon noch einstellt. Guten Abend. Schönen guten Abend. Warum ratlos? Du sagst gerade so ein bisschen hilflos aus, wie du da den Arm rumgefummelt hast. Er meint jetzt am Mikrofonarm. Ja, am Mikrofonarm, genau. Ging, ging. Also ich wollte, dass es perfekt sich an meinen Mund anschmiegt, weißt du? Man hört aber immer dieses, warte mal, wenn man hier so raufhaut auf den Arm, pass mal auf. Also die Zuhörer müssen das gehört haben jetzt. Man selber hört es ja nicht, aber das reicht manchmal, wenn du hier so ranfährst und den so bewegst, dass du dann Geräusche hast, weißt du? Vielleicht muss Max ganz stark sein. Wie meinst du das? Und das rausschneiden. Och, lass doch drin. Übrigens, Mikrofon. Ja. Ich soll eigentlich, ist ja April, ich soll eigentlich im April von einem namhaften Hersteller zwei Mikrofone zugeschickt bekommen. Schuhe oder was? Ja. Die ist einfach auch gut geraten, ne? Ja. Ja, gut. Die haben, die haben, die haben solche, wie wir von DJI nutzen zum mobilen Film, oh, da bin ich mega gespannt drauf, bin total happy, weil dann könnte ich nämlich, dann hätte ich nämlich, könnte ich die DJI's auch für den Stream nehmen und die Schuhe nehme ich für die GoPro, weil die haben nämlich auch Bluetooth-Connection und so wie die neuen DJI's, die du dir ja gekauft hast. Hätten, hätten sie ja auch, das heißt für Reels und so hast du auch eine gute Tonqualität. Könnte ich mal mitnutzen? Kennst du dieses, bei Motorradfahrern dieses Sena oder Sena-System, wo drüber du so untereinander unter den Helmen quatschen kannst? Kennst du das? Genau, das habe ich bei mir auch drin, mein Kumpel Basti und ich unterhalten uns dann eine Fahrt immer, weißt du, so kleine Kopfhörer drin verbaut, aber so, dass du trotzdem noch Umgebung hörst, ne? Und so ein kleines Mikrofon hast du vorne drin. Problem war immer so, weil ich mir dachte, man könnte ja auch mal so eine Ortskontrollfahrt oder AKF, wie du das nennst, mal vom Motorrad machen, aber man kann immer nicht quatschen. Jetzt habe ich heute ein Werbevideo von der Insta360 gesehen, dass die jetzt kompatibel mit diesem Sena oder Sena ist. Auch interessant, aber sich dafür wieder eine Kamera kaufen ist ein bisschen so. Ich kann dir die ja einmal schicken. Hast du die neue schon? Da ist eine neue jetzt rausgekommen. Ah, okay, ich habe eine Insta360 RS. Ich gucke mal im Hintergrund nach, aber ich... Wollte eigentlich mehr geile 360-Grad-Aufnahmen machen, aber man hat auch einfach zu wenig Zeit dafür, ne? Das Ding ist ja auch wieder dieses Jahr die Witterung. Du hast für alles wieder ultra wenig Zeit. Du hast dann wieder ein Spritzfenster von genau zwei Stunden, reicht genau für eine Spritze. Danach kommt dann wieder Wind und was nicht alles, Kita und welche Wettererscheinungen man denn auch wieder noch hat. Das ist schwierig immer. Ich habe mir diese GoPro damals geholt, hier diese, ich weiß gar nicht mehr, hieß die auch 360 oder so, keine Ahnung. Die liegt eingestaubt in der Garage bei mir rum. Das ist ärgerlich irgendwie. Da macht man mehr mit, da konnte man aber cool. Ich habe mal eine Hoftour auf YouTube gemacht mit 360 und die Zuschauer, also du kannst dann interaktiv auch in andere Richtungen gucken. So, war ich ganz am Anfang, das ist mein drittes, viertes Video oder so gewesen. Fand ich ziemlich nice, also ziemlich interaktiv. Ja, ist schon cool, wenn es so interaktiv ist. Ich hatte mir ja auch vorgestellt, dass man die Let's Drives gerade beim Hexeln, beim Anhäxeln interaktiv machen könnte. Dass die Leute selber gucken, wie ist gerade der Strahl vom Turm, wie hexelt er vorne, so nach dem Motto, weißt du, wäre ja eigentlich, oder beim Dreschen eigentlich, wenn es wirklich ein großes, großes Blickfeld gibt. Ja, beim Dreschen ist halt, ich hatte mal dieses auch Around the World, dieses, weißt du, denn ich weiß gar nicht, wo ich das festgemacht habe. Ich glaube, ganz außen am Schneidwerk, so weit wie es ging. Ja. Und dann hattest du halt, dass du über so einen kleinen Globus fährst mit deinem großen Bedröscher, das sieht schon ziemlich nice aus, weißt du. Aber das Ding ist, man ist auch irgendwie faul geworden in manchen Sachen, so bei Social Media. Früher, weißt du, erstes Jahr zehnmal ausgestiegen, gar kein Problem für eine Kamera, wenn der Akku warm geworden ist oder so. Also mittlerweile ist man ja doch schon so ein bisschen, manchmal zu faul eigentlich, weißt du, man könnte so viel coolen Stuff noch machen, aber man ist da, man ist satt. Ja, gebe ich dir schon zum Teil recht, aber zum Teil war es aber auch Stress pur, mit diesem zweite Kamera einbinden oder so. Ich habe ja auch die Turmcam und die Turmcam hat Stress des Todes verursacht. Das ist ein 100 Meter Kabel da dran, gefühlt. Ja, 10 oder 15 Meter war das, und wenn du ein Wackler war, dann weißt du ja, da war Disconnect, schwarzer Bildschirm, dann kam das aber nicht zurück, konntest du nicht mehr einbinden, dann musstest du draußen am Turm die wieder neu starten. Das geht nur, wenn du zu wenig Transporter hast. Du lässt ja keinen Transporter warten, weil du eine Kamera neu starten musst. Ansonsten finde ich die Turmcam mega, habe auch Kabel und so alles da, aber das Ding ist, dann musst du auch wieder eine Powerbank, die richtige dabei haben, die du auch wieder anstrapsen kannst am Turm und so weiter. Das ist ja nicht so, dass die Akkus da 10, 12 Stunden halten, sondern du musst das ja wieder mit der Powerbank versorgen und, und, und. Das muss einfacher gehen, und zwar müssen uns da die Hersteller unter der Arme greifen. Weil letztendlich müssen die uns einfach nur die Kompatibilität mit den Terminals machen. Weil man hat beim Abbunkern, beim Mähdröscher hast du eine Kamera dran, weißt du. Beim Rückwärtsfahren zum Beispiel, an Schneidwerkswagen und sowas, könnte man alles einblenden, wenn du diesen Port am Display hättest, weißt du. Wenn die Hersteller uns das einfach geben würden. Also ich hatte ja auch letztens gefragt, ob man zum Beispiel diese, ich weiß nicht, ist es VGA, ist es nicht, ob man einfach zwischen diesen Kamerasteckplätzen was zwischenstecken könnte, dass man noch sozusagen HDMI rausplittet. Weil ich habe ja zum Beispiel auch eine Rückfahrkamera an meinem Güllefass fürs Triptill. Und dann wäre es ja, das geht ja alles bis in die Kabine, wäre es ja total simpel, da ein Y-Stück rein, wo ein HDMI rauskommt, wo du es mit abgreifst quasi und dann mitzeigen kannst. Wie geil wäre denn das? Ja, das ist so. Das ist so. Beim Häcksler weiß ich aber zum Beispiel, gehen die ganzen Anschlüsse unten an den Turm ran. Also unten im Kofferraum sozusagen vom Häcksler, im Hinterraum, weißt du. Und dann wird es ja in der Kabine nur angezeigt. Ja genau, aber wenn du da das abgreifen kannst, reicht ja vollkommen. Weil du kannst zum Beispiel ja auch bei den Lexions, kannst du ja, Lexion, Entschuldigung, wenn ich schon wieder den Sprachfehler habe, kannst du ja auch umstecken, ob du es auf einem separaten Monitor haben möchtest oder gleich auf einem CeBIS, weißt du. Geht ja alles. Ja, ja, ja. Und dann einfach nur das CeBIS abgreifen. Wie geil sind auch diese Echtzeitdaten. Ohne jetzt zum Beispiel zu mogeln über, ich sag's mal, Telematics. Kannst du ja mogeln. Genau, ich hab's auch mit PLM gemacht im New Holland. Genau, alles möglich, keine Frage. Sind aber einfach keine Echtzeitdaten. Wenn der Jan da in die Hände klatscht und wieder tanzt, weil er ein Zwölf-Tonnen-Weizen hat, wird das erst ganz spät angezeigt. Ja, das Ding ist, das ist ja so. Und beim PLM war es zum Beispiel so, ich kann dann halt die Flächendurchschnitt anzeigen lassen und die geernteten Tonnen auf der Fläche. Ist schon mal ganz interessant. Aber das muss einfacher gehen, verstehst du? Viele Dinge sind einfach nicht einfach genug. Und letztens beim Livestream, Jan, hab ich dir erzählt, da war ja die Misere, dass mein Stromwander schon wieder durchgebrannt war. Kauf dir einen Reisestecker, wirklich. Hab ich jetzt schon, hab ich jetzt, jetzt probier ich den demnächst aus. Ich hoffe, der hat genug Bums da. So, und du fährst los, bist voller Vorfreude und dann dieser Livestream, also in der Kabine einrichten, Jan, du kennst das selber. Du hast ein Setup abgebaut, das hat funktioniert, du baust das wieder auf, zack, irgendwas geht nicht. Und schon stehst du wieder eine Stunde auf dem Hof, versuchst das an Laufen zu bringen, wo du schon sowieso wenig Zeit hast. Und da triggert mich immer zum Quadrat, Alter. Dann mach ich den Stream an und ich bin eigentlich, wie bei Alles steht Kopf, die rote Wut. Weißt du? Alles steht Kopf, die Wut. Kennst du? Ja, klar. Ja. So bin ich dann. Ja. Dann geht der Stream los und dann kommt der Erste, sieht, keine Ahnung, ich bin mit 9.30 Uhr, der fragt, warum fährst du nicht mit 6? Oh, der geht jetzt schon los, Jan, du bist schon auf 180, weil die Technik nicht geht und dann geht das wieder da weiter. Oh, das ist, das ist, dieser Livestream, so wie, guck mal, wie wir hier stationär sitzen, dieses Setup, das funktioniert zu 99 Prozent immer ganz gut. So möchte ich das auch mal im Trecker haben. Hinsetzen, auf Start drücken, los geht's, Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit. Und da müssen die Hersteller uns wieder unter die Arme greifen. Ja, Jan, wir beide sind aber mit zu, das gibt nicht mal 10 Livestreamer auf Twitch aus Deutschland. Ja, das werden noch mal mehr, die kommen noch alle rüber jetzt, Mensch. Ja, die kommen, die kommen. Aber meinst du, meinst du deshalb machen die Hersteller ein Streaming-Setup? Na ja, für die ganze Gratis-Werbung könnte man schon mal. Aber ich sag dir was, Klaas, ich glaube wohl, wenn die uns von... Wenn eine Firma macht Klaas das. Wenn eine Firma, dann macht Klaas das. Ja, das ist so. Aber wenn ich jetzt mit meiner New Holland bitte da wiederkomme, das wird nix. Das wird nix bei New Holland. Ja, dann musst du mal ein bisschen netter sein bei denen. Ja, vielleicht buchen sie dann auch wieder andere für Reels oder so. Also ist ja, ist ja, ist ja, ist ja den die Ding, du weißt ja, aber. Ja, ist möglich. Ich hätte gerne live Echtzeitdaten. Ich hab mir schon eine Platte gemacht. Ich hab ja, ich werd ja dieses Jahr mir, mir das Trimbel-Display reinbauen lassen, damit ich schnelles GPS hab. Mhm. Das, das hätte sogar ein Team-Viewer. Mhm. Theoretisch könnte man das... Aber man muss bei der Sache auch immer aufpassen, was so ein Laptop dann durchhält, weißt du, auch so von der, von der Leistung her und so. Also ich weiß, ich hatte mal zum... Ich hatte das hinbekommen, auch über so eine Art Team-Viewer, eine 365-Kamera damals reinzubekommen. Hat geklappt. Aber der Laptop ist geschmolzen an dem Moment. Weißt du, da muss man halt aufpassen. Du hast das offen, du hast das offen. Ähm, und hast halt nur diesen Wandler da drin. Oder halt nur diesen Stecker da, weißt du. Und da kommen wir zum nächsten Problem, denn frisst das Ding so viel Leistung, dass dir die, die Dings wegfliegen in der Kabine. Die 12 Volt steckt da so. Genau. Ja, genau. Genau. Die sind ja nur mit, mit 10 Ampere und sowas abgesichert. Ja, also da, da musst du dann auch aufpassen. Einfach, weißt du. Und nächstes Ding wird irgendwann sein, wir können irgendwann in 4K streamen. Dann haben wir auch noch mehr Probleme. Ja, du, ich aber nicht, Alter. Ich muss erst mal hier... Da musst du aber jetzt mal mit Mask reden, damit du deinen... Wie heißt das? Starfire? Nee, wie heißt Starlink? Starlink. Starfire. Aufs Dach bekommst. Ja, aber Starlink ist ja... Ist vielleicht was, Janni, wenn du jetzt, ich sag mal, sechs Wochen mit Mähdrescher durch Deutschland wirst. Dann kann Starlink was sein. Aber heute mal den Trecker fahren, morgen den Trecker und übermorgen den Trecker und dann zwischendurch mal den Hexer. Wird gar nichts mit dem Setup. Da ist die Live-View geil. Live-View mit nur einer Cam, habe ich jetzt die letzten Tage gemacht. Ist total geil. Ist ermöglicht auch der total schnelle Stream, aber... Du hast jetzt auch eine Cam... Eine Cap-View. Wo ist die zweite Kamera? Was mit der zweiten Kamera? Du hast jetzt auch Cap-View, habe ich gesehen, letztes Mal. Das habe ich immer, wenn ich nur eine Kamera habe. Ja, wusste ich nicht. Das sah mir neu aus, irgendwie. Dachte, du fängst jetzt auch irgendwie an, mit schneller Brille zu sinken. Ne, das habe ich letztes Jahr sogar geschrieben gemacht, wenn ich nur eine Kamera habe. Dass die Leute nicht immer fragen, was hast du denn hinten dran, ne? Hm, hm. Ein Mantaschwanz aus der Arschtasche und ein Kamm. So, dann muss ja die Standardantwort werden. Ja, ansonsten wird wieder wärmer, Hannes. Preise, Preise gehen hoch. Viele Themen eigentlich heute, wa? Hm. Wird wärmer. Wir fangen jetzt Samstag an mit Maisling. Jetzt diesen Samstag. Ja, der 728 war nicht rechtzeitig fertig. Mhm. Der wird erst irgendwie heute oder morgen zugelassen. Ähm, und ja, jetzt haben sie mit meinem 9,30 gemäht. Und jetzt legt der seit, ich glaube, Montagabend legt der da noch zu Ende. Mhm. Da haben wir auch gesagt, hab ich gesagt, sag mal, wie ist das Wetter eigentlich in Sachsen-Anhalt? Ja, sind 8 bis 10 Grad jeden Tag noch so. Ja, ich sag, wirst du da nicht zu Ende legen? Ja, ja, machen wir so. Das muss ich hier nicht beim Frost irgendwie legen. Ich hab auch diese Woche noch zu viel zu tun gehabt. Passt ja auch besser, wenn es warm ist. Was war die niedrigste Temperatur als die Tage? Minus 3,7. Mhm. Minus 2 bei uns. Also minus 3 knapp. Das ist immer so witzig, wenn ich gesagt zu meinem Vater so, und wie kalt war, sagt er immer so, minus, nee. Wie sagt er immer? Minus 3. Nasse. Das kommt immer noch hinterher. Du sagst dann irgendwie so, wie kalt? 3,7. Nasse. Ja, gut. Ansonsten haben wir Regen heute gehabt, Janne, morgen wieder Regen, übermorgen wieder Regen. Bei uns trennen sich die Wolken gerade wieder. Total krass. Kannst zugucken. Guck mal, Berliner Raum, also bei mir, linke Seite, Berliner Raum. Ja, dann ist das einfach für Berlin auch typisch. Man trennt sich einfach schneller heutzutage. Ist so. Die haben alle kein Durchhaltevermögen mehr. Ist so. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn das Wolken 1983 und früher gewesen wären, die würden durchziehen. Bis zum Ende. Jetzt kommt ein kleines Gewitter und die trennen sich. Weißt du? Ja, es ist wirklich so. Das sind die Wolken heutzutage. Nicht mal den ersten Hagelschauer durchgehalten. Nee, gar nichts mehr. Ein Blitz und die gehen schon auseinander. Ja. Ja, das ist so. Sag alle. Alle sagen das. Beste Argumentation. Alle sagen das. Alle sagen das. Ja, für euch Leute, wir haben es heute echt früh. Eigentlich ist das so für uns total untypisch. Wir haben es jetzt die letzten Mal immer Freitag, Samstag, kurz vor Peng, am besten Samstagabend noch, so wie letztes Mal. Wir haben es heute Mittwoch, 24.04. Aber das nimmt uns gleichzeitig auch ein bisschen den Druck raus. Du weißt ja, wir beide haben ja die ganze Woche immer Druck. Ja. Deswegen spritzen wir auch so oft. Ja, das ist so. Weißt du, morgen beim Nachbarn spritzen. Mal gucken, ob das Wetter passt irgendwie. Die haben ja eigentlich wieder ein bisschen Regen angekündigt. Aber der trennt sich eh. Aber ich will eigentlich, also mein Wetterbericht sagt mir, Samstag bis 20, 22 Grad, glaube ich. Ich werde Wachstumsregler noch beenden im Weizen, wenn ich ihn nicht geschafft habe. Das ist aber nur noch eine... Du musst erst mal anfangen. Ja, bei mir ist es nur noch eine Dreiviertelspritze hier, wa? Das ist nicht mehr so viel. Nur 40 Hektar. Ich ballere auch ziemlich schnell durch. Ich habe ein Mittel, das kannst du mit 100 Liter auf den Hektar fahren. Zweieinhalb Spritzen, zack, fertig. Drei Spritzen, drei Spritzen brauche ich, zack, fertig. Ja. Ja, und dann wird es mit Fungizid bei mir weitergehen. Losgehen, Gerste, Hybridrocken, Mittel ist schon da. Und dann nach und nach gucken. Wetter soll ja wirklich denn besser werden nächste Woche. Jo, wird warm, aber wir müssen erst Mais legen. Da müssen wir Gas geben. Das nützt sich. Wir haben jetzt Samstag, Sonntag lege ich noch alleine. Ab Montag legen wir dann in Schicht von 5 bis 14 legt Detlef. Und ich lege dann 14 bis 24 ein Uhr ungefähr. Hast du Bock? Schon. Ja. Neue Mais lege in 39. Was gibt es bessere? Ballern, Digga, ballern. Und dann freue ich mich auch wieder schön auf ein paar lange Streams so. Leute fühlen das ja auch. Ich bin ja jetzt auch von Frühschicht auf Spätschicht umgestiegen. War ja sonst immer Frühschicht. Da haben die Leute sich auch extra einen Wecker auf um drei gestellt. Aber das harmoniert nicht so richtig mit Familienleben. Lisi hat sich dazu ausgedacht, Frühschicht. Denn da hat sie nachmittags uns noch. Also quasi, also ich habe Dina noch und sie haben mich. Aber in ihrer ganzen Planung hat sie dann immer vergessen, wann ich eigentlich schlafe. Sind die Nächte gut gerade? Ja, schon, ja. Also kurz, weil ich stehe um fünf Uhr auf umzuarbeiten. Aber ich sage mal ein bis zwei Windeln in der Nacht. Und ansonsten ist alles gut. Auch die Kleine, die weint nicht. Die quietscht nur so ein bisschen. Also wie so eine Tür knarrt. Kennst du das? Mach mal. Kurvabobber. So macht die Kleine dann immer. Und also ich sage mal, die muss schon richtig Hunger haben, bevor sie richtig losweint. Und dann aber auch voll das Organ. Aber solange wird sie wach. Und der kriegt das schon mit. Sie wird wach. Dann fängt sie an schon vor sich hin zu schmatzen. Das ist so knuffig. Wenn kleine Babys anfangen rumzuschmatzen. Und dann kriegt Lisa das ja meistens schon mit. Aber ansonsten, ja, das ist ein total liebes Baby bis jetzt. Klopf auf Holz. Und ja, also nee, von der Seite her angenehm. Ja, angenehm. Das war, das Erste war wahrscheinlich auch, weil man nicht wusste, was auf eine Zukunft und so. Und man wollte ja alles richtig machen. Aber im Zweiten ist man viel, viel entspannter. Das ist so. Das, das ist, dann spuckt man halt so ein Kind, dann kriegt dann halt mal keine Luft. Nee, das nicht. Aber Leute, das war jetzt ein kleiner Spaß. Aber man ist wirklich, wirklich viel, viel entspannter. Also, ich sag dir ganz ehrlich, wenn du dann auch mal ganz kurz weint, ein paar Sekunden, dann sprintest du nicht sofort los, sondern dann gehst du zum Baby. Weißt du, wie ich mein? Ja. Das hat sich schon geändert. Ja. Naja. Doch noch ein Drittet. Die Frage ist beim Dritten oder Vierten, ob man denn noch den Kaffee erst austrinkt, so weißt du. Ja, bevor du losgehst, zum Krankenhaus. Wir müssen den Film erst mal zu Ende gucken, weißt du. Zur Geburt. Nee, nee, wir können nicht. Der Film läuft nur eine Stunde. Ich habe auch Freunde, da ist der Mann auch erst mal nach Duschen gegangen und hat sich noch was zu essen gemacht und so. Wichtig, oder? Ja, ich glaube auch. Du musst dich auch als Mann wohlfühlen. Ja. Ich sehe es schon wieder. Als wirst du von einer Frau und Anni schrien bei der nächsten Messe. Ach, das wird schon, das wird schon, Janni. Ansonsten, erzähl. Ja, nicht viel. Bei mir ist es nicht so gut. Der Papi, der ist wieder im Krankenhaus, weißt du. Und sieht doch nicht gut aus. Also wir sollen uns da auf ein paar Sachen vorbereiten, leider. Wurde uns heute auch nochmal von der Ärztin bestätigt. Ja, ich habe Social Media erstmal alles ein bisschen abgebrochen. Ich habe auch alle laufenden, wie auch geplanten, man ist ja, ist ja nun mal so, dass wir auch Kampagnen schon ein bisschen weiter planen. Also so, was könnte nächsten Monat kommen. Und ich habe erstmal alles auf Eis gelegt, weil wir wissen halt nicht, wohin läuft. Ich sage mal, den Podcast mit dir würde ich schon probieren irgendwie. Außer es halt jetzt dann, ja, so dass die Laune das gar nicht zulässt, weißt du. Ähm, ja, schwierig gerade, ne. Viel Zeit irgendwie noch verbringen, irgendwie mit dem Papa. Ja. Ich meine, ist ja Gott sei Dank auch momentan eine Zeit, die es erlaubt. Genau. Also es ist ja gerade auch ein bisschen jetzt durch die Kälte ruhiger geworden im Ackerbau. Den hast du nach wie vor ja Jens, der ja auch einen guten Job macht. Ja, ja. Der ja auch, ich sage mal, mit ein bisschen Beistand das Ganze bis zur Ernte durchbringen würde. Ja, ist so. Definitiv. Also von daher, glaube ich, ist es auch verständlich, dass man sich alle Zeit der Welt dann noch nehmen möchte. Ja, genau. Und ich habe halt, also man hat ja auch keine Lust gerade irgendwie in eine Kamera zu grinsen. Klar, das macht so zu zweit hier mal Spaß also. Aber wenn du jetzt daran denkst, einen Livestream zu machen und da irgendwie, man ist ja doch schon so eine Art Entertainer, wenn du weißt, was im Hinterkopf ist, hast du halt gar keine Lust da irgendwie dann, weißt du, dein, ja, Ding durchzuziehen, dann sitzt du lieber alleine da. Ich habe gerade so ein bisschen so den Garten irgendwie für mich gefunden, um so ein bisschen Ablenkung zu kriegen. Wir haben heute, also ich habe heute, Alter, guck dir mal an, ja. Siehst du das? Das ist eine aufgeplatzte Blase, aber so groß wie die halbe Hand. Ja, ja, geht das gerade schon. Ja, ich habe heute so ein bisschen unterm Trampolin, habt ihr ein Trampolin? So ein großes Drei-Meter-Ding. Hatten wir. Ja, es ist von einem Sturm mal weggeflogen. Und dann haben wir das auch nicht mehr erneuert, weil uns wurde dann auch mal gesagt, dass das für Kinder und Kleinkinder überhaupt nicht so gesund sein soll. Und wir haben auch tatsächlich, oder Freund von Ole, dessen, also der Freund von Ole, dessen Kind hat wohl auch tatsächlich einen Hüftschaden vorm Trampolinspringen. Okay. Aber der ist da wirklich wohl auch jeden Tag, jeden Nachmittag nonstop drauf gesprungen. Und der hat wohl eine kaputte Hüfte dadurch gekriegt. Einenfalls habe ich da drunter, da drunter wächst halt kein Rasen richtig. Ist so dunkel, weißt du? Ist abgeschirmt. Und das hat heute alles abgestochen, die restliche Rasennarbe dann abgetragen heute und Rindenmulch rangemacht, weißt du? Weil das ist eine gute Lösung. Jetzt ist das Einzige, was ich jetzt noch suche, ist, ich glaube, ich muss mal gucken, ob es so eine Abgrenzung zwischen Rindenmulch und Grasnarbe gibt. Soweit wie eine Abgrenzung zum Beet, weißt du? Was man so in den Boden reinstecken könnte. Wie so eine... Ich glaube, gibt es auch so ein bisschen mit so kleinen Kunststoffwände quasi. Genau, genau sowas meine ich. Würde ich mal im Baubach morgen mal gucken. Ja, glaube ich, sowas gibt es tatsächlich. Genau. Dann Datschig machen, dann habe ich Rasen, die Rasenkante. Also ich flüchte mich gerade wirklich in den Garten irgendwie. Rasenkante habe ich mal gemacht, habe mir jetzt einen kleinen Trimmer geholt. Ich habe sonst immer mit so teilweise einem Messer die Rasenkante geschnitten, weißt du? Jetzt habe ich dann einen Trimmer mal gemacht. Hat sich sehr gut gemacht. Das ist nämlich das Ami-System. Mir in dem Moment nämlich gedacht, es muss doch eine bessere Lösung geben als ein Messer. Und dann dachte ich mir, es gibt doch ein Volk auf der Welt, was ziemlich faul ist. Aber trotzdem eine Lösung dafür sucht. Dann habe ich geguckt, wie die Amis, auf Englisch. Wie war denn das? Da gab es einen Namen für, weiß ich jetzt gar nicht mehr, weil ich da gegoogelt habe. Und die haben dann mit einem Trimmer gemacht. War eine gute Lösung. Hat geklappt. Gehst du einmal lang? Das sind die Rasenkante. Ja, diese Rasenkante. Ich habe mir jetzt einen Trimmer geholt, wo du den Kopf drehen kannst. Also da gibt es auch hier in Deutschland was für. Und dann läufst du mit einem Trimmer da einfach lang und schneidest dann zwischen Rasenkante und Steine halt. Wir haben ja alles mit so einer Steine rum. Einmal lang. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das, genau. Und ansonsten, ja, Garten. Ach so, das war alles noch. Garten ist auch so etwas Entspannendes. So irgendwie, das nimmt man auch nicht so wie Arbeit wahr. Wenn man das irgendwie so ein bisschen gerne macht und man hat das auch so schön und guckt hinterher und findet das auch alles schön. Mhm. Finde ich kann das was voll Entspannendes sein. Ja. Und dann hatte ich halt noch einige Besichtigungstermine, aber ich sage immer noch, Makler ist nicht mein Ding. Also die letzten Termine, das letzte Jahr war auch sehr cool und die haben auch echt ernsthaftes Interesse. Wollen dann mit ihrer Bank sprechen, alles drum und dran, sich dann melden. Und, äh, aber mit denen war ganz entspannt, aber ansonsten so, Makler ist, ey, es wäre nicht meins. Hast du wieder einen Hundesohn dabei gehabt? Nee, eigentlich nicht, aber so, weiß ich nicht, so, so ein bisschen Großkotz. Kann man drüber reden jetzt hier, oder? Eigentlich schon, ne? So ein bisschen Großkotz, von wegen, naja, er hat, sie hat ja, äh, sie ist Allergiker und hat ja 40, 50.000 Euro Schränke und das muss sie mit der Höhe reinpassen. Und das und das und, ähm, immer wieder erwähnt, dass dieses auch 50.000 Euro Schränke sind, weißt du? So immer und immer wieder. Und ich mir dachte, ist ja okay, ist viel Geld, aber warum wiederholst du das zehnmal? Weißt du? Ich bin dann auch immer so ein, so ein, ich meine, ich beiße mir dann auch immer so auf den Lippen, aber direkt, ich hasse das zum Beispiel, wenn Leute mir zwei oder dreimal immer wieder dasselbe sagen. Oder wenn, wenn sie dir was erklären und du sagst, ja, 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 ich weiß Bescheid, weil du es weißt, verstehst du? Und die Leute dir es trotzdem erklären und immer wieder erklären und nicht aufhören damit. Das macht mich innerlich so richtig aggressiv, weißt du, wie ich meine? Wenn du, wenn du schon, schon einfach nur nach irgendwas fragst und, und die Antwort einfach vielleicht eine Zahl ist oder so und, und ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Und dann wird aber immer wieder weiter erklärt und immer wieder und der Dauerstoff, immer und immer. Können die ausflippen, Janni, können die ausflippen, damit kriegst du mir richtig auch so Ruhe. Ja, ansonsten war ich auf einem coolen Event die Tage jetzt gewesen. Warte mal, das ist jetzt erst zwei, drei Tage her, ne? Ja, zwei Tage, wie viel darfst du davon erzählen? Ich darf alles erzählen. Ich war beim BND, beim Bundesnachrichtendienst, lustigerweise. Also wir hatten noch die Pressesprecher da dann. Ist halt auch so, dass da Schulklassen hinkommen und sagen und dachten vorher, es ist ein Radiosender. Weißt du, der Bundesnachrichtendienst ist ein Radiosender. Und sie sagt dann immer, ja, ich bin die Moderatorin oder wie, weißt du? Wo ich mir dann aber auch in dem Moment denke, da kommt eine Schulklasse hin, ja? Und die denken, das ist ein Radiosender. Was hat der Lehrer da verbrochen vorher, denen einfach nicht, also man geht doch, bevor man einen Wandertag macht, eigentlich das Thema durch, wohin geht? Oder sehe ich das falsch? Na, oder das ist so zum Beispiel so, wir fahren zum BND, Leute, lasst euch überraschen, was die denn so machen. Das ist eine ganz spannende Sache, sowas, weißt du? Und dann haben die Kinder so einen Aha-Effekt, so, ja, das ist ja gar kein Nachrichtensender oder so. Ja, jedenfalls ist es nicht ein Radiosender. Das ist unser sozusagen das Pendant zum CIA oder MI5, MI6. Ich weiß gar nicht, welchen von dem, ich glaube, MI5, also bei den Engländern, ist der Geheimdienst, unser deutscher Geheimdienst, der aber auch wirklich nur fürs Ausland zuständig ist. Das heißt, Inland sind andere und Ausland, also alles, was Krisengebiete andere Länder sind und sonst sowas, ist halt der BND zuständig. Und das war vorher auch mit Einladung gewesen. Also es war auch, dass wir wussten, dass wir hinfahren und dass wir wussten, wir machen so eine Art Mystery-Game und die haben sich da richtig krass Mühe gemacht. Es gab vorher auch einen Brief, da war schon so ein kleiner Schlüsselanhänger mit einer Zahl drauf. Und da stand auch hier, also vom BND wirklich ein förmlicher Brief und persönliche Zustellung und bla 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 an mich, weißt du? Und haben das wirklich wie so ein Game halt aufgezogen. Wir sind dann hingekommen, wussten sofort, wer Nadine und ich bin, mussten trotzdem Personalausweis vorlegen. Du gehst da rein, wie beim Flughafen, durch eine Schleuse mit alles drum und dran, weißt du? Und überall waren Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter mit Hoodie, mit BND-Hoodie, durften nicht gefilmt werden. Also die waren da, wir konnten, haben da auch die Gesichter gesehen, aber sie durften halt nicht gefilmt werden. Die haben auch alle, wusste ich gar nicht, beim BMD bekommst du einen falschen Nachnamen, ne? Also Vornamen können passen, aber die Nachnamen von allen sind nicht die echten. Total krass. Weißt du? Spannend, ist vor allem spannend. Wir haben uns beide ja darüber schon unterhalten. Alter, es ist total spannend. Es ist so eine komplett andere Welt. Wir können ja noch anfangen. Ja, kannst du, ohne Probleme. 55 kannst du anfangen da. Und die suchen alles vom Mechatroniker. Also der Hintergrund, warum wir auch da waren. Wir haben so eine kleine Kampagne mit denen zusammen gemacht, auch für eine Karriere beim BND. Also auch der BND, so wie ich schon mal eine Kooperation hatte mit der Flugsicherung, weißt du, suchen halt Nachwuchs. Sind so Berufe, die du auch nicht auf dem Schirm hast. Oder hattest du mal BND auf dem Schirm bei dir irgendwie, weißt du? Wie? Na, hattest du mal auf dem Schirm nach der Schule beim BND anzufangen, jetzt so. Digga. Weißt du, was ich auf dem Schirm hatte? Ja, Landwirtschaft. Ja, na klar. Wie besessen. Aber die Frage geht auch an. Da gab nicht mal eine andere Option. Da habe ich mir vielleicht mal, ich habe mir, vielleicht habe ich mir einmal in einem Schuljahr gesagt, im nächsten Leben könntest du Kampfjetpilot werden. Ui. Weil ich das spannend fand. Ja. So. Aber ich habe mir da selbst gesagt, im nächsten Leben. Ja. Ja. Landwirt. Ja. Ja. Jedenfalls kannst du da anfangen. Und das also nicht nur, klar, es gibt auch Operator, nennen die das. Also Geheimagenten, Agents sind halt Operator bei uns Deutschen. Da gibt es aber auch sämtliche, kommen wir auch gleich noch zu, sämtliche Unterschiede. Wir machen erstmal weiter mit dem Mystery Game. Also es ging dann so, es war so ein bisschen aufgebaut, wie, ja, wir waren in einem Raum drin, im Archiv sozusagen. Und die haben einen ganzen Raum für uns präpariert. Richtig mit Bühnenbau. Das wurde hinterher auch abgebaut, das gab es so nicht als Führung, weißt du. Und da waren mehrere andere, ja, Content Creator, unter anderem, ich weiß nicht, kennst du Conny von The Blog? Die macht so Comedy-Insta. Dann jemand, ich habe den Namen leider vergessen hier, der macht so Chemie-Zeugs irgendwie. So, auch auf Instagram. Auch richtig spannend. Jay, glaube ich, hieß der. Ich bin so schlecht im Namen, tut mir jetzt leid, wenn ihr das hört. Dann war Lola von Tanzverbot, die müsstest du kennen. Die war mit. Dann war noch eine... Auch geil, da wird nicht gesagt, was sie macht, sondern Lola von Tanzverbot. Das hast du jetzt so gesagt. Ja. Nee, das ist einfach nur eine Interpretation deiner Aufzählung. Ja, es ist eine Streamerin, sagen wir es so. Noch eine andere Streamerin, Lucy und ich halt, ne. Und dann hat jeder ja so ein Chip vorher bekommen, schon per Post. Bei mir war es die Nummer 47. Und dann mussten wir in dem Raum so ein bisschen, es war ja das Archiv, ganz viele Ordner, ganz viele Akten. Da habe ich mir die Akte 47 gesucht. Und da war ein Steckbrief, eine Karte mit dabei und ein Diktiergerät. Und auf diesem Diktiergerät war die Agentenstimme zu hören, der einen Weg erzählt hat, irgendwo in England oder weiß ich wo, von der Botschaft raus. Und diesen Weg habe ich dann, das war meine Aufgabe, dann nachgezeichnet. Und dann ist aus diesem Weg, den er gelaufen ist, das Wort Uhr rausgekommen. Und in diesem Raum hing eine Uhr mit einer Neun. Also Neun Uhr. Das war meine Zahl, weil am Ende gab es ein Schloss mit einem Tresor halt. Und jeder von uns hatte andere Aufgaben gehabt, weißt du. Wir haben es gelöst gehabt. Und das Ende davon war, dass wir in einen Raum durften, der abgedunkelt war. Dann hattest du so eine Wahlkabine und einen Vorhang. Und wir durften mit einem echten Agenten reden. Einen aller, aller echten. Das Ding war, zwischen uns war ein schwarzer Vorhang. Also ich weiß nicht, wie derjenige aussah. Ich habe mich eine halbe Stunde mit dem unterhalten. Hatte Fragen von der Community, hatte halt Fragen auch von mir. Und es ist total heavy gewesen. Es war total irgendwie so eine ganz komische Atmosphäre. Und du dachtest dir, da vor dir sitzt halt ein fucking Agent. Jeder aus seiner Branche, zum Beispiel der Chemiker, hatte vom BND jemanden, eine Chemikerin gehabt. Ich glaube, Lola oder eine oder die andere, die Conny, glaube ich, die hatte einen richtigen Agenten. Also der auch mal sich verkleidet als Bauarbeiter und dann in eine Wohnung reingeht. Weißt du, damit die Nachbarn ja kein Verdacht schöpfen. Natürlich immer im Ausland. Kabul oder sonst wo, letztendlich. Und ich hatte jemanden, der zuständig ist beim BND für Vermessung und Kartierung, weißt du? Das heißt so Bilder, 3D-Modelle bauen, Krisengebiete so, weißt du? Vorher, nachher Bilder und sowas. Auch total spannend, weil das ist einfach so mega krass vielfältig auch, weißt du? Der Scheiß ist so spannend. Es ist wirklich so. Und die suchen ja wirklich vom Schiffmonteur über Landwirt, über alles wird ja beim BND gesucht letztendlich. Also unbezahlt jetzt mal hier im Podcast, aber ich kann euch das ans Herz legen, da irgendwie mal vorbeizuschauen. Die haben einen Instagram-Account, BND-Karriere. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen was. Nadine und ich müssen aber sagen im Nachgang, für uns wäre das nix. So, diese Geheimniskrämerei und ich habe auch diesen Agenten gefragt, wie sieht es aus, so Familie, Freunde. Manche Fragen, die ich hatte, weiß ich aber leider nicht mehr welche, wollte ich mir noch merken. Da hat er gesagt, er darf und möchte ja nicht drüber reden. Also es war auch so, dann wurde auch dicht gemacht. Aber zum Beispiel hat er gesagt, seine Frau weiß schon, dass er beim BND ist, aber Freunde und so wissen nicht mal, wo er ist. Da sagt der Manuel, er arbeitet beim Amt, weißt du? Überleg mal, wie alle, mein ganzer Freundeskreis, ich bin ja eine Plaudertasche, so wie du. Wir sind ja Plaudertaschen, weißt du? Du durftest deine Familie oder so nicht sagen, was du machst, ich könnte es nicht. Also, Freunde würde man vielleicht ja noch hinkriegen, aber Familie weiß ich nicht. Ich bin da schon immer, also Lisi nicht die Wahrheit sagen zu können, wäre schon doof. Also das würde ich irgendwie nicht fühlen. Aber so, ja, Freunde, du machst halt einen anderen Job, aber du machst halt einen guten Job. Verstehst du? Ich finde es schlimm wäre es, wenn du irgendwie negativ lügen würdest. Das heißt, du sagst, du arbeitest, keine Ahnung, im Amt oder bei der Bank und sonst wo, aber in Wirklichkeit bist du irgendein Betrüger oder ziehst die Leute ab. Und so, das wäre natürlich eine negative Sache. Aber sagen wir mal so, du erzählst, du bist bei der Behörde oder so, aber in Wirklichkeit bist du Agent. Wäre für mich fein, weil du ja doch für was Gutes arbeitest. Also es ist ja auch so, es wird ja auch in so vielen Richtungen gebraucht. Wir waren ja in einem großen Raum. Achso, Nadine war ja getrennt von uns. Also die Partner waren ja, waren ja fast alle mit Partner da, waren getrennt. Und die haben eine private Führung vom Leiter dort sogar in einem anderen Archiv gehabt, wo die dann echte Mitschnitte sich anhören konnten. Zum Beispiel in Kabul sah ich jetzt auch mal ein Agent, der aufgeflogen ist, wo dann ein Telefonat mitgehört wurde. Das wird ja dann auch aufgezeichnet. Und das haben sie abspielen können. Auch da hast du, Nadine meinte, unten dann schon Schüsse gehört und so. Und er halt oben und dann heißt es nur noch Sachen packen, aufgeflogen, raus. Nur noch einen Rucksack mit Bargeld, Pässe und weg. Das ist schon heftig, Alter. Das ist schon James Bond. Und, achso, meistgestellte Frage war, gibt es die Lizenz zum Töten? Nein, gibt es nicht. Also es gibt eine Selbstverteidigungslizenz, natürlich. Also da brauchen wir nicht drüber reden, wenn irgendwie was... Ah, der darf jetzt nicht rumgehen wie bei James Bond und pui, pui, pui. Ja, da sind alle tot, ne? Das dürfen sie halt nicht. Aber natürlich, wenn der Moment da ist für die Selbstverteidigung und sonst sowas, dann denkst du nicht drüber nach, sondern er schießt. Das ist aber schon, es ist so, bei mir ist es so, ich würde viel, viel mehr hinter diesen geheimen Infos kommen, verstehst du? Ob es nun BND ist, ob es CIA ist, die wissen ja so viel mehr als wir. Und auch so viele Dinge, die dahinter stecken. Und mich würde das einfach des Todes interessieren. Und ich sage dir ganz ehrlich, Janni, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dann würde ich gerne diese ganzen Fragen beantwortet haben. Ich habe ja in meiner Vorstellung, in meiner Hoffnung, gibt es ein Leben nach dem Tod und du kannst als Zeitreisender quasi, wie ein Schatten oder wie ein Geist, kannst du die Geschichte erleben. Du kannst an allen Zeiten und Orten reisen, wo du möchtest und kannst dir halt so die Auflösung angucken. Ja. Ach, da war der Schütze von JFK, weißt du, so nach dem Motto? Ja, aber ich glaube, manche Sachen willst du auch gar nicht wissen. Also jetzt mal, also... Naja, dann bist du ja eh tot. Ja gut, dann ist egal, ne? Aber nochmal ganz kurz zu meinem Agenten da zurück. An sich hat er einen recht entspannten Job. Er hat eigentlich auch so richtig 7 bis 16 Uhr Schicht, außer es ist halt irgendwo ein Krisenherd auf der Welt. Dann muss natürlich dann auch gehandelt werden und dann wird man auch immer aus dem Bett geholt oder sonst sowas, ne? Aber ansonsten ist er halt größtenteils, so wie auch, glaube ich, viele Hacker. Es gibt ja auch einfach viele Hacker beim BND. Das ist so, ne? Cyber-Terrorismus ist, glaube ich, mit das größte Feld, was die bearbeiten müssen, ne? Deswegen habe ich zum Beispiel auch mitbekommen, dass die bei der Gamescom auch sind, einfach weil die die Programmierer, Gamer und Zocker haben wollen, weißt du? Die da so, ja, affin drin sind halt letztendlich. Ja, da gibt es ja so viele Affine, die das teilweise gar nicht gelernt haben, aber so richtig gut programmieren konnten. Ich hatte auch einen in der Schulklasse, der hat sich das alles selber beigebracht. Der konnte auch hacken und so einen ganzen Kraft. Das hat er sich alles selber beigebracht. Und der wollte immer Programmierer werden und da hat es zeugnistechnisch nie gereicht. Und das ist manchmal auch so schade, warum auf ein Zeugnis geguckt wird, weil der Typ war durchaus talentiert. Immer noch, nach wie vor, aber... Ja, nee, und, ähm, was soll ich noch sagen? Genau, aber ansonsten kann er schon so Wochenende planen, also so, oder auf jeden Fall Urlaub einreichen und planen, ob es dann hinhaut, ist dann halt dahingestellt, ne? Aber was noch ganz witzig ist zum Beispiel, jeder Mitarbeiter, da muss sein Handy abgeben, ne? Du gibst halt dein Handy ab, wenn du zur Schicht gehst und du kommst dann auch in Bereiche natürlich irgendwann rein, wo du ein geschlossenes Netzwerk hast, ne? Das heißt, dass da im BND wahrscheinlich die Daten ausgetauscht werden können, aber da geht nichts mehr raus durch eine Internetleitung, ne? Also da ist so ein richtig geschlossenes Netzwerk dann letztendlich. Dann fand ich es halt super spannend mit den Nachnamen, ne? Will ich nichts Falsches sagen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, kannst du unter den Mitarbeitern selber entscheiden, wie viel du preisgeben möchtest von dir, weißt du? Letztendlich. Und ansonsten ist halt noch, was halt super krass ist, ist so dieses, diese Bewerbungsverfahren kann halt auch mal anderthalb Jahre dauern und es wird geprüft, die letzten zehn Jahre deine Reiseziele, wird komplett durchleuchtet, wo warst du in den letzten zehn Jahren, genauso wie das zu Interviews kommen kann, zu Freunden und Familie halt, in deinem Umfeld halt. Was wird denen aber gesagt, warum die sich hier entführt? Das weiß ich leider nicht. Das weiß ich leider nicht. Weil, wenn die Freunde und so nicht wissen dürfen, dass du beim BND, dann wäre das ja doof. Also mit welcher Begründung werden die interviewt, verstehst du? Mhm. Und haben sie was zum Gehalt gesagt? Ja, da gibt es eine Staffelung. Da gibt es eine ganz normale Staffelung. Kann man sich im Internet angucken sogar. Okay. Mhm. Wahrscheinlich mehr als ein Landwirt. Also ich, nee, ja. Jeder, ich habe ja momentan auch wieder mit Bauarbeitern zu tun, Jan, jeder verdient mehr als ein Landwirt. Das ist so. Landwirte kommen mit Geld zur Arbeit, Alter. Also da kommen ja auch welche mit Stundensätzen. Da habe ich zu denen gesagt, dafür kriegst du von mir, Zubringer mit Trecker, mit Mann und Diesel. Sind wir zu billig oder die zu teuer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. Danach gab es noch ein schönes Catoing. Also am Ende der Geschichte. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich auch mein Gesicht in irgendeiner Kampagne dann mal auftauchen. Von BND. Ich fand es persönlich super spannend. Da geht es Farming. Ja, Frau Farming, die sah auch sehr. Hast du das Foto auf Instagram von ihr gesehen da? Bei dem Logo von BND? Ja, ich habe nur von oben nach unten. Ja, es war nicht ich. Da waren wir ja getrennt gewesen sozusagen, weißt du? Wer weiß, vielleicht haben sie die auch gedreht in dem Moment. Weißt du? Das ist gar nicht mehr, Frau Farming. Vielleicht arbeitet sie ja jetzt da. Ja. Ja. Also es ist schon krass gewesen. War auch so eine komplett andere Welt. Und man konnte da echt viele Fragen stellen. Und ja, also die machen, das ist auch so ein Besucherzentrum. Die werden jetzt ab Ende des Jahres oder jetzt in den nächsten Monaten auch so ein bisschen die Pforten öffnen, was eigentlich sehr untypisch für so einen Geheimdienst ist. Es ist auch nicht das richtige Gebäude. Es gibt zwei Gebäude in Berlin. Aber man kann sich da mal so ein bisschen erkundigen. Das ist ja auch total krass. Das sind ja auch so viele von Cyber über, weiß ich nicht, Uran, was gesucht wird auf irgendwelchen Containern, weißt du, was hier denn verschifft wird. Über Schlepperbanden halt mit der Migrationskrise und sonst sowas. Der BND ist ja überall irgendwie mit involviert, weißt du? Oder sei es jetzt Ukraine-Krise oder weiß ich was, da ist ja überall, ne? Ich glaube, 4000 Mitarbeiter, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ah, das ist spannend, Janni. Ja, das ist so. Ne, war ein cooles Event. Eins der coolsten, wo man bis jetzt war, letztendlich. Weil es ist halt auch richtig raus aus meiner Branche, ne? Aber die haben sich schon so ein bisschen Gedanken gemacht, weil die eine Streamerin, die hat so ein bisschen mit IT zu tun. Die hat dann mit so einem Cyber-Hacker halt gequatscht halt. Die 20, 30 Minuten. Bei mir war so Kartierung, Vermessung. Wir haben uns dann auch noch darüber unterhalten. Also es kann auch mal sein, dass wir mit der Drohne dann auch mal im Land sind sozusagen. Aber ansonsten können wir natürlich viel mittlerweile über Satelliten machen. Als ich gefragt hatte, wie genau und wie die Echtzeitdaten sind, da habe ich keine Antwort bekommen. Da darf man leider nicht drauf eingehen. Aber natürlich, Alter, das... Also ich bin da ziemlich sicher, dass wenn die wollen, dann gucken die jetzt hier durchs Fenster, weißt du? Hm, vielleicht so krass hochauflösen noch nicht, aber... Na, Alter, ich weiß nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass die Bewegungsmuster auch von Personen erstellen können und sowas. Hm. Ja. Ich glaube auch so mit Telefon und so, wenn die es wirklich drauf anlegen, also gut, ist ja jetzt im Inland gedacht, im Ausland dann sozusagen, dann sind die in deinem Telefon drin. Aber sowas von, da brauchst du zweimal Bombe sagen, weißt du? Und dann noch einmal irgendwie, weiß ich nicht, BND und dann bist du da dabei, da wirst du abgehört, weißt du? Ja, 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 glaube ich auch. Ja. Glaube ich auch. Und da ist auch so der Punkt, Janni, mich würde gerne interessieren, welchen Technologien die schon alles nutzen, wo wir denken, das gibt es noch nicht. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist so. Ich hatte gefragt, ob die mit RTK arbeiten. Auch. Das war so eine Frage, weißt du? Ansonsten war halt viel Arbeitszeit, Familie, wollte ich halt wissen, so. Also, das war, war spannend. Also, das war echt krass und ich weiß nicht, ich werde das nie wieder in meinem Leben haben, weißt du? So. Schade eigentlich. Ja, oder du fängst da an. Ja. Ja, also so im Inland, Ada, weiß ich nicht. Ja, nee, Ada, ich bin, ich könnte das nicht. Auch so der Familie, erzähl, wo bist du in den nächsten drei Wochen, weißt du? Ich bin so ein, ich wäre so ein Schisser, wenn ich jetzt zum Beispiel mich irgendwo reinschleichen müsste, so, kann ich nicht. Wenn du bist, der Schisser. Ich wäre eher der Elefant. Ich kann diesen Nervenkitzel schon gar nicht haben, ich kann das schon in Filmen nicht haben, Alter. Ich bin eher der Elefant im Porzellanladen, weißt du, der so durchstolpert. Ich auch. Ich wäre der Wisch bei der ersten Mission. Wie gesagt, die wenigsten sind ja, sag ich mal, wirklich die, die da Agenten sind. Die meisten sind in der, da ist alles vertreten. Wirklich. Du kannst dir diese Liste angucken da vom BND, was da alles gesucht wird über Chemiker, über alles mögliche. Und du kannst dich auch bewerben. Also die Kriterien sind recht entspannt. Du kannst dich da eigentlich immer bewerben. Weißt du? Bist du gerade? Warte mal, ich habe da so ein Foto hier gemacht. Auf dem Handy. Da standen so einige, einige Berufszweige mit drauf. Hier. Verwaltung, Biochemie, Medizin, Übersetzer, Dolmetscher, Nachrichtentechnik, Informationstechnik, Rechtswissenschaften, Islamwissenschaften, Geschichte, Mathematik, Geografie. Da wird eigentlich alles gesucht. Bereichsschutz, Maschinenbau wird gesucht, weißt du? Die haben da Schiffsmonteure drin, weißt du? Halt so Schiffsmechaniker, Ingenieure. Total Wahnsinn. Ja, hat mich geflasht. Fand ich gut. Ja, ist wirklich spannend. Klingt wirklich spannend. Wäre ich auch gerne dabei gewesen. Aber hätte wahrscheinlich aus zeitlichen Gründen momentan eh abgelehnt. Aber spannend. Ja, wie gesagt, war auch das letzte Event, was ich jetzt erst mal daran teilgenommen habe. So, weißt du? Das war eine kleine Überschneidung dann mit dem Vorfall mit dem Krankenhaus jetzt. Aber da habe ich gesagt, das ist so kurzfristig, sagen wir jetzt nicht ab, weißt du? Das hat doch gepasst noch mit der Mama. Die muss ja dann auf die Kids auch aufpassen, wenn wir beide unterwegs sind, ne? Das nächste könnte wahrscheinlich zu Michael Dier sein. Ich habe eine Einladung heute für ein anderes Event bekommen, von einem namhaften Chemiehersteller, das auch bekommen. Ne. Von Amazone für die Arme Techniker habe ich eine Einladung bekommen. Du wohl auch. Dir wird es ja auch nur in die Tage ausgesprochen, meinten sie. Da kann aber auch jeder hinkommen. Das ist wohl so ein Riesenfest von Amazone. Mit 5000 Leuten, meinte der. Mit Hüpfburg und alles. Ach, guck an. Ne, will ich nicht. Ja. Ja. Muss man gucken, irgendwie, was man mitnimmt dieses Jahr dann noch, weißt du? Auch von der Zeit her. Ich will zum Beispiel, ich habe jetzt erst mal die Akkreditierung der Gamescom abgegeben erst mal. Ob ich hinfahre oder wieder zeitlich schaffen, ist eine andere Sache. Aber unsere Agentur hat schon angefragt, auch wegen Hotels buchen und so. Ich hätte schon Bock, ne. So, das wäre eigentlich so mein Trip dieses Jahr dann noch, wo ich sage, Ich glaube ich dir, ich habe jetzt mehrere Anfragen zu den DRG Feldhagen gekriegt. Die habe ich bis jetzt alle abgelehnt. Mhm. Ich glaube, wenn fahre ich mit dir und, keine Ahnung, vielleicht Andreas hin. Mhm, genau. Einfach auf fachlicher Ebene, für uns als Landwirte, für uns auf Betriebsebene. Ja. Und dann, glaube ich, war es das dann auch. Ja, ja. Ansonsten hast du, ich habe heute neue, nach einem Jahr mal neue Designs rausgebracht. Hast gesehen? Ich will mal ganz kurz eigene Werbung machen auf Instagram. Zwei neue Motive. Ja. Muss ich sagen, ganz gut gelungen. Guck gerne mal rein bei Janni im Shop. Wie kauft man da hin, Janni? www.twitchfarming.de Genau, jetzt nach einem Jahr mal, dachte ich, die Nachfrage war immer da. Jetzt machst du es mal. Im Hintergrund war es schon vorbereitet, die letzten Tage. Jetzt habe ich nur gewartet. Hat Sven schon fleißig gedruckt, ja? Richtig, jetzt habe ich nämlich nur gewartet. Heute ist das Paket gekommen mit den Drucks, deswegen habe ich das heute rausgebracht dann, weißt du? Ja. Ja. Ja, weil die nächsten Tage ist ja, sage ich mal, ein bisschen Pflanzenschutz jetzt noch und dann wird es ja bei mir ohne Mais dann doch ruhiger, weißt du? Ja, bei uns wird es tatsächlich ja nach Maislegen dann auch schon ruhiger, ohne Grünland. Ja, das Grünland ist weg, das merkt man, oder? Ja, das ist so tief und entspannt, das ist so geil, ne? Es ist so geil. Sonst müssten wir jetzt auch schon parallel ja auch Grünland vorbereiten, aufbereiten, walzen, schleppen, nachsehen. Hast du alles nicht mehr. Oh, ist das ein Gedicht, Alter. Ist einfach toll, wenn man mal weniger zu tun hat. Ja. Das glaube ich dir. Heute eine kürzere Folge, glaube ich. Wieder mal. Oh, 47 Minuten gerade. Ich glaube, die letzte war aber über eine Stunde noch, oder haben wir das nicht geschafft? Nee, da haben wir doch nur eine halbe Stunde gemacht. Vor allem Max macht. Ich war doch in der Motordrückung. Ja, ja. Nee, die letzte war 49 Minuten. Also komm, Alter. Die war länger als die jetzt hier. Ja, tatsächlich. Obwohl ich in der Motordrückung... Irgendwo geht es mir wieder ein bisschen besser. Und Max sucht gerade die Titel raus. Macht da ganz gut, ne? Also er hat jetzt schon Ogen- und Nasensalbe. War Max seins, ne? Nee, Ogen- und Nasensalbe. Stimmt. Aber das war Max seins. Genauso wie komplett in der Motordrückung hat Max rausgesucht. Ja. Und deswegen, Max suchst du heute auch raus. Übrigens, ähm, wo wir gerade Ogen- und Nasensalbe, wenn wir jetzt mit Anton ab und zu mal erzählen, dann sagen wir auch sowas immer, wenn Anton sagt Augen oder dann sage ich immer so, Janni würde jetzt sagen Ogen und sowas alles, weißt du? und letztens sitze ich mit ihm im Auto, ich sage, oh Mensch, Anton, das regnet einfach. Und dann sagt er so, Janni wird sagen, droßen regnet das aber. Und dann hat er so aus heiterem Himmel gesagt. Und ich sage, ja, wirklich, Janni wird das so sagen. Droßen regnet das, nee, droßen regnet das aber. Ein Thema ist mir noch eingefallen, können wir noch ganz kurz drauf eingehen. Ich war auf dem Flohmarkt, Hannes. Ach, da war ich jetzt nicht vorbereitet mit. Ich war auf dem Flohmarkt und, alter, war das spannend, ne? Ich sehe uns auch mal gemeinsam in Berlin über den großen Rüberschule. Total, total. Wir haben letztes Mal schon die Flohmärkte kurz angerissen. Ich liebe das. Das ist der Hammer. Ich liebe das, ich bin da totaler Schnäppchenleger. Und ich freue mich drei Wochen lang, wenn ich irgendwas billig kriege. Wenn ich irgendwas günstig erstanden kriege. Also ich habe mir persönlich, also wir hatten ja Karten mit Pia, total süß, kleiner Rucksack. Und da waren ihre Karten drin, weil eigentlich war dieser Stand angekündigt von meinem Kumpel Basti, der auch tauscht und so, weißt du. Da habe ich gesagt, Pia, nimm mal deine seltensten Karten mit und dann ist er da mit ihrem kleinen Rucksack, weißt du. Ich habe auch noch ein paar eingepackt gehabt von Pokémon. Und der war leider nicht da, es waren aber andere Pokémon-Händler da. Ich habe viele Bücher durchsucht, ne? Ich habe so ein bisschen auf dieses Schnäppchen, kennst du das? Ich habe dann so immer geguckt, so, das Alter der Muttis sozusagen, die dann von den Kindern vielleicht aus dem Base-Set eins dann irgendwie noch das Glurak da rumliegen haben, weißt du. Ja, so läuft die Worte der Kinder dann weg hier. Ja, ja, genau. Das war nicht so, es waren auch andere Schnäppchener da. Aber es waren auch einige so, die wirklich ihre Karten, also ich hatte wegen deinem Enter geguckt, was du unbedingt haben möchtest. War leider nicht da. Und für mich gab es auch nicht die Karten, die ich wollte, aber es waren coole Stände da, auch so One-Piece-Karten oder hier Hot Wheels-Sammler waren da. Auch spannendes Thema, Basti sammelt jetzt Hot Wheels. Ach, krass. So eine Welt für sich, ja, ja, der sammelt jetzt seltene Hot Wheels. Ich wusste gar nicht. Ich habe immer gedacht, die Auflage ist da so groß. Nee, es gibt wohl seltene. Oder so in Verpackung mit drei Rädern und sowas meinte er, so eine, weißt du, so eine Errors, so eine Fehldinger irgendwie. So ein seltener, sowas gibt es halt auch irgendwie. Ich will gerade raussuchen, wie das Enton heißt. Da musst du nur beim 151er, oder? Ja, suche ich, suche ich gerade. Weil ich will den Leuten sagen, wenn sie zufällig dieses Enton haben, das ist ja gar nicht viel wert. Aber ich finde das so knuffig und ich fühle mich manchmal so wie dieses Enton. Das ist ein Enton, was diese Treppe runtergeht und wer Pokémon kennt, der weiß, dass Enton immer Kopfschmerzen hat. Und Enton leidet halt immer. Ich suche dir das gerade raus, das müsste dir hier, das ist das Enton Mew 175 heißt die Karte. Das ist das Enton, was so die Arme hochhält, links, rechts sind Bäume und dann geht es eine Treppe runter, weißt du. Das ist die Karte, letztendlich. Die hat doch also einen recht krassen Wert für so eine Enton-Karte, ne? Was kostet die? Die wird hier im Schnitt auf 12 Euro gehandelt. Für so eine Random-Karte ist das hoch. Na, aber ist das eine Full-Art? Ja gut, aber es gibt Full-Arts, die sind bei Weitem nicht so, ne? Ja, das ist, ja, klar, es gibt auch Full-Arts für ein paar Cent. So, aber das Enton, Leute, wer das hat, ich würde das nehmen. Ich würde das nehmen. Ich bin jetzt durch mit meiner Sammlung erstmal. Ich habe alle gekriegt, die ich brauchte, die letzte habe ich heute gekauft. Ja, aber war auf jeden Fall, ich hatte dann den Kindern so einen kleinen Booster, äh, nicht Booster, doch, so ein kleines Booster-Pack geholt und mir ein Locana, da gab es ein Locana-Händler noch, habe ich ein kleines noch geholt und das war es. Also ich hatte ehrlicherweise 250 Euro eingepackt, Hannes. Für meine Sucht, weißt du? Schön, dass du es sagst. Ja, und ich habe genau 17 Euro ausgegeben, ich war sehr stolz auf mich. Oh, aber Enton in der 9,5 GSG Rate, oder hier in der Enton in der PSA 10 Rating, bist du schon bei 65 bis, äh, also auf Englisch bei 95 Euro. Ist nicht ohne. Ich habe das Gefühl, die ist selten. Ich habe jetzt auch einige Packs von der 151er und habe sie nicht gezogen. Ja, ich habe auch ganz viel 151er gezogen, aber ich habe den auch aufgehört, ich weiß, dass auch zu viel Müll und Burg und so, also ich bin jetzt erstmal raus. Ich muss auch ein Haus sanieren mit meiner Frau. Ja, war ein Feier. Dauert noch, da ist es. Enton in die 175. Genau. So fühle ich mich auch einfach manchmal. Das ist ab und zu wirklich mein Gemütszustand. Ich fühle ihn komplett, diese kleine Ente. Leute, wer diese Karte hat, ich würde mich freuen. Hatte geguckt, das ist total geil, der eine Händler, der war bestimmt 60, kein Scherz. Der war Pokémon-Händler, Sammler, 60 Jahre alt, Vollbart, richtig weiß, wie der Weihnachtsmann sah der aus. Und der hat dann in den Heften, fand ich total geil gemacht, hat der dieses leere Booster ganz vorne reingeklebt, weißt du? Dieses, dieses Pack sozusagen. Und dieses Heft war dann sozusagen mit den Karten aus diesem Booster, war total gut gemacht, fand ich, weißt du? Und dann bist du so durchgeguckt, aber wenn ich vorne das Booster gesehen habe, man kennt ja mittlerweile schon so ein bisschen. Man hat sie ja da ordentlich reingelesen, weißt du? Und ich weiß schon, auch da ist nichts Interessant, konnte man das Heft gleich beiseite legen, ne? Also es war gut gemacht von ihm letztendlich. Und hat mir auch noch so ein bisschen Tricks gezeigt, wie du Fake-Karten ganz gut entdeckst, weil die meistens hinten auch heller sind. Dann nimmst du einfach einen Stapel von normalen Karten, die du hast, packst die zwischen und dann guckst du einmal die Karten und du siehst sofort die Fake-Karte. Das ist so krass, ne? Diese leichte Nuance, Hella, siehst du sofort raus in dem. War ein guter Trick von ihm gewesen letztendlich. Weil da ist auch, muss man sagen, auch bei Pia auf dem Pausenhof ist echt viel Müll unterwegs. Ja, da hätte ich ja auch Angst und da nach wie vor, dass, ich meine, du machst das schon richtig, du kaufst dir die Gratite. Ich kaufe die PSA, genau. Ja, genau, die sind halt geprüft. Ach, aber da hätte ich auch wirklich Angst, da über den Tisch gezogen zu werden. Mhm, ich habe jetzt vom Zuschauer einen kleinen Brief bekommen und habe leider, also ich war auf eine Karte da scharf, habe ich dir vor einer Weile schon gesagt, ne? Ich habe das jetzt durch den Vorfall da nur kurz geöffnet, einmal rüber geguckt, aber ich bin der Meinung, schon die Farbnuance gesehen zu haben, weißt du? Das geht dann leider zurück, weißt du? Leider, 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 aber das ist so, bei Pia sage ich auch immer, wenn ich eine Fake-Karte entdecke, weiß ich schon selber, Papa ist Fake, geht sie zum Mülleimer und wirft die rein, dass sie gar nicht weiter in den Umlauf gehen, weißt du? Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Ich meine, für Schulhof ist das ja alles okay. Ach, nee, nee. Nee, ist es nicht. Fake bleibt Fake, Hannes. Ja, Fake bleibt Fake, aber die Kinder wollen das ja nicht wie krassen Werte halt, die wollen ja einfach so Spaß sammeln. Aber beim Flohmarkt auch einen gehabt, der seine Pokémon-Karten verkaufen wollte und das waren Fake-Karten. Das ist dann auch wieder Kacke, weißt du? Ja, das ist scheiße, das ist aber auch so ein bisschen das Betrügen. Wenn er das bewusst macht und er weiß, dass die nicht echt sind, ist das das Betrügen, ja. Oh, Alter, ich glaube, ich weiß, was ich dir zum Geburtstag schenke. Ah, du hattest ja erst, oder? Nee, warte. Nee, du hast? Ich hatte. Du hattest. Ich habe es wieder im Oktober, Janni. Naja, sag ich ja, du hast. Die gegradete Anton. Ich habe ja noch andere Sachen gefunden. Ach, Anton ist einfach mein Spirit-Animal, Alter. Gab es eigentlich noch Resonanz zu deinem selbst gedruckten Teil? Ja! Die Leute waren Feuer und Flamme. Hast du verkauft schon? Ja, tatsächlich haben zwei angefragt, ob ich denen das drucken könnte. Sie würden es bezahlen. Aber nee, vorerst nicht. Aber ganz viele haben gefragt, mit welchem Drucker, welchem Filament, woher die Druckvorlage und und und. Also das ist tatsächlich rege Freude. Und ich soll öfter berichten davon. Ja, fand ich gut. Mir hat es gefallen, das Ding. Also wirklich gefallen. Ernsthaft. Jetzt waren Schwiegereltern da. Ich soll, wenn meine beiden, also ich mache jetzt einen ja für Gemüse und einen mache ich ja für Erdbeeren. Und wenn die fertig sind, dann wird Schwiegerpapa einen für seinen Wintergarten haben. Seppi hat schon ein oder zwei geordert. Also doch, doch. Das Ding hat reges Interesse. Muss ich bloß noch unten drunter das ein bisschen schick machen, dass das im schicken Topf ist. Und dann sieht das gut aus. Aber apropos Töpfe, Alter, wie teuer ist denn der Scheiß geworden? So einigermaßen schicke Töpfe, die unten geschlossen sind im Baumarkt. Ja, 60 Euro, 80 Euro. Für einen Plastiktopf. Mit welcher Begründung denn das? Ich muss morgen im Baumarkt da, wie gesagt, mal wegen ein paar Sachen gucken. Ich finde einige Sachen ziemlich teuer aktuell, wenn man da so durchschnökert. Alleine schon diese Stecker hier, Gardena oder sonst sowas, selbst No-Name-Marken für einen Schlauch jetzt. Kennst du diese Verbinder denn halt? Ja. Alter, die Dinger kosten 5, 6 Euro, Alter. Weißt du, die waren Euro-Artikel gewesen, weißt du? Ja, das ist aber, wenn du dann noch Marke kaufst, Junge, das ist ja schier unbezahlbar. Wobei sowas ich das eigentlich Schwachsinn finde. Also ein Schlauch, ja, aber zum Beispiel so ein Verbinder und so, weiß ich nicht, kann ich 4 von kaufen. Also ich habe jetzt immer nur No-Name die letzten Jahre gekauft, auch aus finanzieller Sicht. Aber wir haben ein, zwei von Gardena, die sind schon wertiger. Ja. Muss man sagen, nach drei Jahren klicken die immer noch vernünftig aus und alles, ne? Ich habe heute Gardena, ich hatte ja mir einen neuen Rasenmäher-Roboter geholt, ich habe heute direkt den anderen verkauft, ne? Ist weg, das Ding. Ich werde es ein richtiger Kleinanzeigen-Mensch, weißt du? Ich habe damit nie was zu tun, habe geschnökert selber mal, aber eigentlich nie was zu tun, jetzt habe ich ein Haus drin, der Eltern, weißt du? Und jetzt den Roboter, der ist jetzt aber raus schon, der ist verkauft. Aber Kleinanzeigen tut gut. Ah, total geil. Ich habe jetzt überlegt, bei vielen Sachen, und die sind gekommen heute, ein junges Pärchen, so 23, 24, 25, und habe ich das kurz erklärt und die meinten auch hier, ich habe noch so diesen Draht noch da, könnt ihr mitnehmen, 50 Meter noch, weißt du? Total nett, sind gekommen, haben bezahlt und abgehauen. War gut, waren sehr gute Kunden gewesen. Ja. Ich habe meine EDX diese Woche verkauft. Ja? Über? Über Kleinanzeigen. Kleinanzeigen. Okay, kannte der dich? Ne, ich glaube nicht. Ne? Also ich hatte viele Besichtigungen tatsächlich, fünf Stück innerhalb von einer Woche. Kannte dich von den fünf jemand? Ich würde sagen, einer kannte mich. Doch, einer kannte mich, definitiv. Der hat gesagt, er guckt auch mal meine Videos. Aber es, ich meine gut, wenn die mich kannten, dann wissen die halt auch, dass das eine vernünftige Maschine ist und dass die läuft und alles. Verstehst du? Kann ja auch ein Vorteil sein. Aber ne, verkauft geht, ja gut, freut mich. Freut mich, wird Montag abgeholt. Geil. Und Preis passt. Ja, definitiv. Perfekt. Mehr als gekauft, wa? Nee, das nicht, das nicht. Nee, dazu ist es schon zu alt gewesen. Aber manche Sachen aktuell, so drei, vier Jahre alte Sachen, kriegst du besser verhökert als gekauft mittlerweile, weißt du? Ja, das gibt, ja, oder zumindestens, ja, wie meine Horst, meine Horst, die hat ja unfassbar, unfassbar kaum Wertverlust in fünf Jahren gehabt, das ist so. Aber nee, dafür war die eh nicht zu, 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 zu alt. Wirklich zu alt. Aber irgendwann sind die dann doch wertstabil. Jau, das ist so. Ja, gut. Nächste Woche hätte ich noch ein Thema, ich will es nur kurz ansprechen, dass wir nicht vergessen, Gemeindevertretung. Einfach nur im Hinterkopf behalten. Das ist noch ein Thema, was wir mal ansprechen können. Weißt du? Ich hatte mir heute, heute bin ich, ich weiß das nicht mehr, habe ich aber auch gedacht, Mensch, das Thema, das müssten wir eigentlich auch mal lang, richtig lang durch erörtern. Ja. Ich weiß das nicht mehr, Janik, ich weiß das nicht mehr. Aber wir haben heute schon wieder kein Handy in der Hand gehabt, das läuft irgendwie, läuft wirklich, Leute. Ich hoffe, euch gefällt es, dass wir auch unserem Standard treu bleiben, auch wenn wir kein Handy in der Hand haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn, also ich habe gerade mal reingeguckt, Hannes, wir haben 6.769 Bewertungen, fünf Sterne. Jetzt ist die Frage, schaffen wir die 10.000? Ja, irgendwann vielleicht, aber ich finde es halt krass, dass, vielen Dank, dass er da fünf Sterne gibt, ne? So 4,9 oder so oder 4,8 ist ja trotzdem Topwert, aber fünf glatt ist schon krass. Das gefällt, Leute. Danke dafür. Jetzt machen wir Feierabend, wir haben die Stunde um, mein Lieber. Haben wir es doch noch geschafft, Mensch. Ja, ja, war aber gut mit dem Flohmarkt. So, meine Lieben, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Hat Spaß gemacht. Tschau, tschau. Tschüüü.